Moin moin und willkommen zurück. So, Captain Mai drin. Ich bin hier, Mai. Wolltet ihr mich hereinbitten oder... Das würde ich ja gern. Aber offenbar sind meine Rolltore ein wenig unkooperativ. Vielleicht funktionieren sie nicht bei Stromausfall. Das ist das Tengu-Viertel, Frau Delacroix. Die vertrauen hier wenig auf Jade-Tengu. Achso, das ist das Herz jetzt so. Ich bin da gleich auf Schnapprochenchen, und dann... Oder zuerst mit ihm reden und dann. Bald ich ihn finde... Bist beim Herz. Ja, da ist er. Hier ist mit dem Regen... Und dann auf den Raptor... Steht da nicht rum, ein Karte-Tengu. So, guten Tag, ich bin da ganz schön mutig. Seid ihr, Grex? Mai drin sagte mir, ihr würdet dabei helfen, wenn ich wieder zum Arten bringe. Letztes etwas heikel. So. Okay. Auf den Raptor und dann durch die drei Kisten, dann hast du sowas auf dem Kopf. Und dann kannst du hier hoch. Dann gibt es noch eine Besonderheit bei dem Herz. Siehst du diese erleuchteten Dinger? Einfach so durch. Bis sie nicht mehr erleuchten, dann kriegst du Ausdauer. Und... So jetzt... Musst du gucken, die werden angezeigt. Immer schön hier so... Grüber. Ja. So. Hier aufpassen, da ist... Auf die Rampe drauf. Ja, ich habe noch zwei. Warum habt ihr denn noch zwei? Ja? Weil wir schon einmal abgegeben haben. Okay. Möchtet ihr traditionelle Gerichte aus dem Echowald probieren? Besucht den Kopfsteinpflasterwürze und schmeckt die Erdverbundenheit der Denkenküche. Hier... Ah, fuck. Da habe ich ganz getroffen, aber trotzdem... Aber hier komme ich jetzt... Da muss ich ja vom Raptor runter. Nee. Nee. Einfach rum. Okay. Sorry. Naja. Dann schauen wir nochmal kurz von vorne. So. Noch was Kisten. Der leuchtet nicht mehr, dann muss ich da wahrscheinlich nicht mehr hin. Ah. Ah. So. Nee. Von da gefallen. Das ist ja... Sprungrätsel mit Raptor. So. Ja. Ja. Super. Ja. Normal. Mal. Jedes Mal, wenn du runterfällst und dir einen neuen holst, sind die immer woanders. Aufgefallen. Aber das ist ja das Schöne dabei. Wenn man eine nicht schafft, dann hat man die Chance immer wieder eine andere zu nehmen. Ja. Da sollten reichen. Ja. Da sollten reichen. Ja. Da sollten reichen. Ich helfe mir hier unten beim Kämpfen. Vielleicht hilft das ja. Nee. Leider scheint das nicht zum Herz zu helfen. Aber machen wir trotzdem mal Platz hier. Wenn man kommt so schlecht auf den Raptor, wenn man in Fight ist. Genau. Dann verteidigen wir kurz. Was? Damn. Hoffentlich war es die Mühe wert, mein. Meint ihr, wir können diesen Markt anzapfen? Meint ihr, wir können diesen Markt anzapfen? Champion? Er zählt nicht zum Herz. Der Elite. Nein. Auch nicht. Aber wenn er jetzt schon da ist. Für die Story braucht man nicht das ganze Herz, aber es ist... Wollte ich gerade sagen. Okay, dann weiter am Herz. Also. Aufsatteln. So irgendwo. Wo hat man denn jetzt noch die Dinger? Genau. Die sind ja jedes Mal neu. Die Kisten sind hier bei, neben Cracks. Genau. Da hast du jetzt drei wieder. Die werden schlecht angezeigt auf der Karte. Achso. Jetzt, wenn die Story fertig ist, werden sie gar nicht mehr angezeigt. Auf der Karte. Ja. Jetzt sind es gelbe Schüssel. Achso. Ja. Immer drei Stück dann. Gelbe Schüssel. Achso. Die. Ja. 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 Das ist weiter oben. Nee, nicht weiter oben. Nur eines Rampenteils hier. Hier. Wie ich bin. Und dann da. Erst über dieses einige links rüber. Und dann so. und erst rüber und dann gucken immer auf die ausdauerleiste dass die und ermöglicht und 7 drücken da hast du noch mal kurz energie denn sein ja Ich habe gerade keinen mehr, die sollte ich neue holen. Aber ich meine, es gab ein Event, das zilte zum Herz. Ich weiß es nicht, aber... Man kann doch sonst einfach durch ein paar Jahre durchjumpen, geht auch. Genau. Kann es sein, dass ich hier... Nehmen wir mal, dass ich nicht richtig bin... Ach, wenn du mal viele Charaktere hast und das immer machst, dann hast du schon eine effektive Tour. So, noch hatte ich einen durchjumpen, hopp, Herz durch. Nee, der nicht. So, jetzt wird hier Finsterladen gezeigt, okay. Oh, Herz schafft. So, jetzt kannst du mal gucken, was du da kaufen kannst beim Herz. Es gibt unter anderem eine Sache. Ne, wobei das hier nicht unbedingt ist. Wenn du dann für einen Waldläufer brauchst, aber dann musst du erst mal gucken, ob du das nicht schon gekauft hast. Dieser Leitfaden, ne? Dieser Leitfaden, ne? Der war mal ein Sammelgegenstand. Ja. Du kannst aber mal bei Spezialisierung gucken. Ja. Ja. Irgendwas in keinen Längen noch gibt für dich. Bei Spezialisierungssammlung. Okay. Mal gucken. Spezialisierung wäre für Dings... Ähm. Ich lasse Fremde normalerweise nicht. So, bei Sammlungen und da dann Spezialisierungssammlungen. Der trockende Lass. Wo sind denn sonst noch Bots? Aber ich glaube, den Leitfaden hast du schon. So, Herz. Ist eigentlich nichts hier. Jetzt sind keine. Aber noch Spezial. Ja, drücken sie in Lass und der heißt der Erfolg. Der kauft beim Händler für Handwerksforschung in Neukainneck. Genau. Bei irgendeinem. Ja, das ist der, ähm, hier bei der Wegfakte Ministeriumsviertel. Da ist diese Jadebot-Werkstatt und da kannst du das kaufen. Okay. Was denn? Was muss man denn da kaufen? Für einen Waldläufer. Für einen Waldläufer. Für einen Waldläufer. Was ist eigentlich, wartet mal, sowas beim Herzen dem Händler, was man kaufen sollte? Wo? Ole, wo war das? Alter, das kann nur ein Waldläufer kaufen, ne? Du kannst... Ja, nur ein Waldläufer. Du kannst bei deinem Flieger auch mal gucken, dass du hier ein Neukaineng kriegen kannst. Diese eine Sache kaufen. Leitfaden zur versteinerten Pflanzenwelt. Ah, Schrift über die Stadt Neukaineng. Den Leitfaden, den müsstest du eigentlich schon haben. Was macht man eigentlich mit dem Buch, was ich grad in einer Gruppe gepostet hab? Ja, tschüss. Ja, tschüss. So, ist doch oben, oder? Ja, heik ja, zweimal. Ich bin dran. Er wird nicht benötigt und kann weggeworfen werden. Ja. Achso, dann hätte ich vielleicht ordentlich lesen sollen. Gut, hab ich. Ich bin dran. Ja, genau. Oh Gott, wäre das ein ruhiges Spiel, wenn Gegner ewig tot bleiben. Wie langweilig, ja. Ja. Ja, das wäre ja auch irgendwie schwer, die Geschichte zu schreiben, oder? Wenn Maid drin in den Fraktalen immer mal gelegt wurde, und was spielt es jetzt hier für eine Rolle? Oder ist das eine andere? Nein, nee. Maid drin hat sich ja selbst auch in den Fraktalen abgemolkst. Okay. So, dann können wir jetzt hinten weiter, wo wir gerade waren vor der Tür. Achso, wieder zur Wohnung, ne? Brechen kurz mal Marjorie erstmal an. Okay. Dann mal rein. Das ist nicht cool. Achso, scheint auch jeder selber zu machen. Ja, ja. Okay. Dann... Oh. Und ich habe abernten und habe gedacht, ich werde schon geholt, aber... Aber du kannst oben, weil du oben, nach oben gehen, da ist so ein Balkon, da kannst du reingucken und dann sehen, was wir machen. Ja. Also gut. Achtet nicht auf die Unordnung. Ist hier eine Bombe explodiert? Komm schon hinterher. Ist da der Tee? Warte mal kurz. Und ich hatte noch keine Zeit, ein Neuen zu bestellen. Wo habe ich jetzt verdammt? Achso, jetzt suchen wir doch was, oder? Mhm. Ach, ich helfe euch mal suchen. Was auch immer ist. Und zwar geht das. Dann... Ich spreche sie mal an. Ja, drinnen. Sucht weiter. Hm. Ist es das, was ihr gesucht habt? Ja. Muss jeder ansprechen. Ja. Damit kommt man durch alle gesicherten Türen in Kainegen. Selbst wenn die Energie ausfällt... Geh euch mal ohne rum. Ich bin sicher, dass hier ist auf ganz legale... Die Batterie ist doch bestimmt. Ja. Das habe ich tatsächlich. Bücher schnappeln. Es ist mein letzter Beweis dafür, dass... Junior einmal vertraut hat. Für eine kleine Weile... ...dachte ich wirklich, ich könne ein neues Leben anfangen. Aber man kann wohl nicht vor der Vergangenheit davonlaufen. Auf der Gerät, ne? Egal. Nehmt es nur, Kommandeur. Wenn es uns hilft, Anker aufzuhalten, ist es in euren Händen besser aufgehoben. Herzlichen Dank, Mai. Ich treffe euch... Ich finde eben Chaos ein bisschen, weil man doch die Sache einzeln anklicken muss. Du wirst ja nicht, wenn du automatisch immer F drückst, dann hast du dreimal selber angeklickt. Ist ja auch Murks. Mhm. Aha. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt war. Nein. Nein. Hinter dem Stuhl war was. Mhm. Die Piste. Äh... Und ihr jetzt schon wieder... ...Leute töten? Was denn? Ne. Gar nicht. Verdammt. Kommen wir jetzt zu der Bruderschaft. Okay. Ne. Wahrscheinlich raus. Was? So. Drei Finger, Joe. Sascha, ist es bei dir da irgendwas, oder? Ne, ich versuchte es hinzukommen. Ach so. So, das Labor. Ach so, das ist der Wegmarke in Spring Slucky, dann kannst du da das Ding kaufen. Und Olli auch. Ist eh auf dem Weg. Und hier die Wegmarke, die wir schon haben. 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 Die... Das haben wir schon gekauft. Das habt ihr schon gekauft? Ich denke, die haben es schon. Ja, dieses... Dieses... Äh... Leitbuch, oder... Ja. Ähm... Das hatten wir ja letztes Mal auch gemacht. Buchmeister. Wir hatten ja dieses eine Herz letztes Mal gemacht, denke ich. Ja, es geht ja nicht ums Herz. Ja, und da müssen wir es kaufen. Ja, und da müssen wir es kaufen. Ja, okay, okay. Alles klar. Ach so, hier. Da, ja. Wenn du schon hast dann. Oh, gut. Wo seid ihr? Ach so. Wo? Aber, Olli, ich würde das Geld gleich noch mal schauen. Der wäre auch ein Waldläufer. Ja, genau. Dann einfach da zur... zu dem Ministeriumshändler da, ne. Oder einfach... Es wird nicht angezeigt, wenn man es gekauft hat, dass man es nicht mehr kaufen muss. Also, das ist das Ding daran. Steht nur nicht mehr Sammelgegenstand. Ihr müsst wirklich... Ihr müsst wirklich nachgucken, ob ihr es gekauft habt. Um zu wissen, ob ihr es gekauft habt. Da steht, wenn du es das erste Mal kaufen kannst, steht da Sammelgegenstand. Wenn du es dann gekauft hast, steht danach nur, du kannst es kaufen. Aber nicht mehr Sammelgegenstand. Na ja. Gut, hab ich nicht drauf genau. Wenn du mit der Maus drüber gehst, steht es genau so. Weil ich... Alles, was Sammelgegenstand heißt, kaufe ich. Ja gut. Macht auch Sinn. Ja. Weil, erfahrungsgemäß, musst du dann irgendwann so ein verficktes Herz nochmal machen. Na, aber bei denen geht es. Ich glaube, die kannst du trotzdem hinterher... Du musst die Herz nicht zwingend nochmal machen. Du kannst, äh, ich glaube trotzdem bei denen kaufen, wenn du das Herz einmal gemacht hast. Mit dem Charakter. So, irgendein Event ist gescheitert. Oh, wir sind hier... Das Schengjea importiert. Es gibt nicht viele Stellen. Aber da fuhr doch irgendwo so eine... Um scheint hinzugehen. Hm. Oh. Ja. Ich bin beim Labor. Ich glaube, wenn du... Dann sehen wir mal... Naja. Erst kommt hier noch ein kleiner Gegner. Ja. Im Zweifelsfall, wenn du da reingehst, dann werden wir gezogen, oder? Ja. Aber wir machen gleich noch einen Cut, nachdem wir hier diese Ründlerin... ...weil wir sie kriegen. Das erst mal dahin habe ich mich verflogen und verlaufen, ey. Hm. Womit die denn weg? Aha. Hier bleiben und ihr... Tot ins Auge seht. Danke. so dann an der stelle vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal